Moin Leute, im heutigen Video zeige ich euch einige Leaks, wie zum Beispiel Skins aus dem Battle Pass, Skins zum Season Event, E-Sport Team Sets und natürlich Streamer Charms. Also viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 We'll see you next time.